Um Styling, Katerine Heigl Kurzhaarschnitt Katerine Heigl, 44, hat die Haare ab. Wer dem ehemaligen Kreis Anatomy Star schon länger folgt, weiß, dass die Emmy-Preisträgerin neue Hairstühles nicht scheut. Egal ob ein trendiger Bob, schulterlang, lockig oder brünett, über die Jahre konnte man an dem früheren Model schon verschiedenste Frisuren beobachten. Dass die US-Amerikanerin öfter Lust auf optische Veränderung zu haben scheint, zeigte sie unlängst einmal mehr, Katerines Haare sind jetzt nämlich wieder kurz. Seit Juli des vergangenen Jahres trägt Katerine ihre neue Tourle, wie ihr Instagram verrät. Nun präsentierte sie sich Ende November auch den Paparazzi am Gehweg vor einem Fernsehauftritt in New York. Selbstbewusst strahlte die Dreifach-Mama mit ihrem neuen Look und in einem roten Zweiteiler in die Kameras, bevor es für sie zur Deik-Schose-View weiterging. Auch beruflich kann die wandelbare Mimen äußerlich immer wieder in unterschiedliche Rollen schlüpfen, besonders ihre aktuelle Serie Fiere Flilane ist für ihren ausgiebigen Perückenwechsel von Kollegin Sarah Kalke, 46, und Katerine Heigl selbst berüchtigt.